Willkommen zurück hier in Prince of Persia und wir sind hier bei dem Marktwürttel und zieh rein alter ich weiß natürlich nicht wo wir müssen das fängt wieder gut an so ich denk mal wir müssen ja hier runter oder? naja warum auch nicht so ähm ja ich komm hier runter eher nicht dann bleibt uns zusammen das üblich als einfach mal hier rüber zu rennen und erstaunlicherweise war das sogar richtig so hoffentlich also wenn ihr die Aufnahmen jetzt hört von den Gelaber was ich hier gerade labere dann haben wir diesmal kein Nachkommen mit dir das jawoll nicht der gleiche Fail wie im letzten Part ach ja je wer seid ihr? sprecht leise dort unten ist der Feind wohl denn aber lasst euch etwas zu diesen Kisten einfallen sie versperren mir den Weg verstehst du jetzt? genau das sind die Dinge die uns aufhalten na gut die Gisten übernehmen wir dann später naja genau nochmal zu dem Thema ja letztes Mal war ja richtig Fail ey wisst ihr ich hab dir alles aufgenommen und so schön ja schön tralala halbes neuen Kompressor rein fertig gehabt war das fertig dann war ich der Meinung auf nicht speichern zu klicken jawoll boah 5 mal müssen wir in den reinstechen ey und die haben es gecheckt neben Wunders also so wie wir auf den da eingehakt haben 5 mal ja 5 mal also Wahnsinn der hat geschluckt ah wie ey so du bist erstmal tot du bist saufgefuhr dran und tschüss so ist das schön hat sich das auch erledigt naja Streitkolben brauchen wir nicht unbedingt ah hier haben wir irgendwas zum drücken whatever scheiß darauf auf die Kisten äh ja verdammt müssen wir Zeit verlangsamern wir können ja mal gucken ob wir irgendwie die Kisten da runterhauen können oder ja ich glaub wir kommen von da dann hin ja warte mal was ist denn hier oben eigentlich ach von hier oben kommen wir oder kommen wir von hier oben ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ah jawoll ach ich würd mal hier auf Näht hin aber wartet mal da drüben da ist was oder ja man sehr gut ja mal gucken ob wir hier hinkommen ach hier bringt uns gar nichts äh hier unten bringt uns eigentlich genauso wenig hä was bringt uns das jetzt irgendwie gar nichts also Leute ihr müsst ja durch den Klettern wir haben auch einen schwulen Streitkolben aber ihr wisst wie ich zu Streitkolben stehe ähm ja dann ziehen wir da Dingy einfach mal runter so tun die Zeit verlangsamern und können hier langsam reinkriechen jo so Fahrer lassen wir irgendwo rumstehen die wird sich in den kriegen irgendwie und irgendwie hat es uns das wenig gebracht kann das sein äh jo genau das hat uns einen Hauch von nichts gebracht ah wartet mal da sind Gegner ah doch hat er doch was gebracht der ist scheiß da so ich nehm mal an wir müssen hier rüber so wartet mal ach so entschuldigung ach jo so ich würd mal darauf tippen dass hier sich umdrehen muss aber das hat irgendwie nicht vorgehabt so wie es aussieht wartet mal krieg mal den hier unten jetzt so ah scheiße bringt uns gar nichts die sehen uns ah ich war wieder zu ungeduldig egal wir könnt doch so umbringen was plus dass der große koloss hier schwer zu töten ist also der stirbt nicht so schnell beziehungsweise die sterben gerade alle irgendwie nicht und was mache ich hier schon wieder eh so Nummer 1 du bist auch dran jawoll so dann nimm mal dich mal oder auch nicht oh er war tot das wollte ich eigentlich gar nicht ja verdammte scheiße lass mich in Ruhe stirb oh unser Leben ist ja mal wieder ganz knapp hier hui wir haben nicht immer einen Balken was ist das alter der sieht aus wie so ein Eishockey Schläger ey was kriegt man jetzt ihr habt 150 Suncredit gewonnen wuhuu das ist ja wie im Lotto ja wir brauchen trotzdem irgendwie mal einen Brunnen oder Wasser oder Wodka oder absünd genau ja hier ist was dann gucken wir mal was hier ist äh ok wir müssen die Kiste dazwinschieben Kiste ist da Platz machen wir uns gerade wunderbar wenn wir die Kiste ja mal rausziehen jo Spiderman ist wieder unterwegs kann den Palast von hier aus sehen kommt her zu mir jo das wollen wir jetzt so ah muss man das mal woanders rum drehen sonst wird das nichts jo ach ja wie kommen wir dann das hoch da geht ne Tür auf ok das heißt laufen wo auch immer hin ah ich tipp mal hier hin jo danke Arschloch dann machen wir das ganze mit Zeitlupe so ein Arschloch so wo kullerst du hin verdammt what the fuck danke so wir brauchen immer noch einen Brunnen aber den gibt es für uns heute nicht nicht im Angebot oder wir werden zum bösen 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 Brinsen dann haben wir auch wieder volles Leben aber erstmal rundherum springen hier zaaack und voila ja wir sind zurück bitte ich will nicht wieder dort hinunter ich ich will nicht wie die anderen werden habt ihr gehört wenn du dir einen Gefallen tun willst sag nein Fahrer wir müssen uns beeilen sicher ist sie wohlauf seid ihr toll sie fleht um ihr Leben sie sprach von anderen nein es gilt keine Zeit zu verlieren gut verweist sie in die Schranken es sind eure Untertanen ihr seid ihr Prinz wollt ihr sie in ihrem Leid allein lassen dieser schmierige Bastard hat mir alles genommen und die Gelegenheit ihn zu strafen ist günstig wollt ihr mich etwa aufhalten habt ihr etwa vergessen was er euch antat aber ich ihr werdet von Schuldgefühlen geplagt Fahrer er hat euch am Leid eures Volkes teilhaben lassen und ihr konntet nichts tun ihr tragt keine Schuld euer Verstand muss klar bleiben es ist nicht mein Verstand dem die Klarheit fehlt ihr wollt nicht helfen mich könnt ihr nicht aufhalten ich muss den Visier töten und all dem ein Ende bereiten geht ihr hin und versorgt ihre Hiebwunden gut dass wir die los sind sie hat uns nur abgelenkt aufgehalten und in Schwierigkeiten gebracht endlich können hey es könnte ihr etwas zustoßen ich darf sie nicht verlieren bitte wir sind so nah dran so ein Idiot wieder hoch ich bin wieder hoch naja sie hatte den Prinzen also in ihren Fängern wenigstens bekommen wir Leben das ist immer was tolles ja aber wir speichern hier erstmal ach man weiß ja nie verstützt auf einmal die magische Playstation aus ab aus Gott auch wenn es nur ein Mensch war so dachte er nun nicht mehr nur an sich selbst guck 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 Idiot waaah hau rein hä toll hat sich wieder rausgepackt in den Tod ey so jump das sieht so verdammt weiter aus eben wo er befindet er das niemals geschafft und meine Stimme geht schon wieder hin vor Ort toll toll ist immer wieder dieser hässlische Vogel ey süß hüh Fahrer darf mich keinesfalls so sehen Manz, dass sie dein neues Ich bevorzugt. Verkohltes Fleisch. Easy! Höh! WTF! Yo! Komm her! Waaat! Jetzt reicht's hier! Stirb! Gib uns Leben! Danke! So, du Hans Wurst! Du bist meine! Verdammte Scheiße! Stirb! Doch! Komm her! Ja, ja! Versuch wegzukommen! Das bringt ja auch nichts! Und tschüss! So, ich denk mal, wir müssen da hoch! Tipp ich jetzt mal drauf! Gut getippt! Wow! Ist das notwendig? Ja! Bist du sicher? Ja! Fein! Verschwende deine wertvolle Zeit mit der Prinzessin! Ah! Ich kann mir vorstellen, was der Visier gerade treibt! Sicher baut er seine Armee aus und quält Babylonia! Oder er plant die nächste Eroberung! Dabei sollte er in diesem Augenblick sterben! Ich habe mein Ziel nicht vergessen! Ich hätte es fast geglaubt! Was für komische Viecher schon wieder hier, ey! Aber die kennen wir ja! Mir gefallen die Moves von ihm überhaupt gar nicht! Er lässt sich so blöd steuern! Finde ich jetzt mindestens! Ey! Wir haben ja diese Handsköppe hier! Na! Hör auf, Lady! Das ist Germany's Next Top Model hier! Und ich dachte immer, ich will nur was von denen! Aber anscheinend wollen sie jetzt auch was von mir! Sehr toll! Ach! Zombies sind doch schon mal Tolles! Ach! Ja! Wo muss man hin? Gib mir einen Tipp! Gib mir einen Tipp! Gib mir einen Tipp! Äh! Nein! Ha! Nein! Das bringt uns gar nichts! Ja! 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 Ich weiß immer noch nicht wohin! Wo geht's denn hier hoch? Da geht's nicht hoch! Da geht's auch nicht hoch! Wartet mal! Was ist denn hier mit? Also das rückt hier relativ interessant! Ja! Da kommen wir hoch! Sorg' doch! Oh! Da ist ein Hanskop! Die Neumons! Hehehe! Guckuck! Huch! Nicht gleich den Grund zu haben, hier einen Kopf zu verlieren! Alter! Da sind schon wieder an sich hier! Baaah! Hallo, Ladies! Oh! Alles Klärchen! Huch! Huch! Schwing die Ketten und schwing die Kette! Jo! Ah! Die Moves sind so widerlich von ihm! So! Stirb! So! Zack! Kabam! Sand! Danke! Genau das brauchten wir gerade! So! Ah! Er hat uns gesehen! Etwas mehr hatte ich schon erwartet! Auf der Insel der Zeit warst du so konzentriert! Zu entschlossen! So selbstständig! Hm? Unsinn! Du versuchtest nur zu schützen, was dein eigen war! Was ist daran verwerflich? Seht euch um! All die Zerstörung ist mein Werk! Hä? Hä? Sagt mal, Leute! Wo geht's hier hin? Ach! Also das hier geht ja gar nicht! Geht's hier hoch? Wartet mal! Hier geht's wirklich hoch! Ey! Und das soll man sehen! Ja! Au! Wann soll die Scheiße? Jo! Wir dürfen kurbeln während der Typ uns beschießt! Super! Finde ich ganz toll! Trifft mich nicht! Trifft mich nicht! Na! Enttäuscht! Huah! Aua! What the fuck! Ey! Die Steuerung mit ihm ist echt ein bisschen blöd! Wir brauchen Sand! Danke! Wir sind schon fast gestorben! Der Kontrolle hat's doch auch schon vibriert! Ah! Gut! Das passt mir ziemlich gut gerade! Die Steuerung mit ihm gefällt mir ein bisschen besser! Ich komm mit den dunklen Prinzen noch nicht so ganz klar! Ich bin zu blöd! Ah! Wieder Fallen! Mit Freudenhaus herumlungern während deine Stadt wo die Hunde geht! Nennst du das Heldentum? Höh! Ich bin für Fahrrad hier! Du bist nicht für Fahrrad hier! Sondern nur für dich! Sie hat Schuldgefühle in dir geweckt! Und du willst sie wiederlegen! Du bist wohl kaum aus Selbstlosigkeit her! Ihr kennt meine Motive nicht! Ihr kennt mich nicht! Ich bin du! Jede Lager ein bisschen zu früh! Ich schlage zu! Ja! Ey! Er trifft nicht! Joi! Stirb! Lol! Jetzt kommen wir erstmal zu dir, du Hans! Jo! Spring weg! Also ich durfte grad nicht mehr aufstehen! So als Hinweis ne! Wieso trifft der Hans denn nicht? Jetzt treff verdammt! Alter! Ey! Was soll der denn grade? Ey! Jetzt reicht's! Ey! Ohne Scheiß! Jetzt reicht's mir! Ey! Was soll denn der Rotz hier? Ey! 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 Eben! Ey! 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 Ey ey! über eure Worte nachgedacht. Ihr habt recht. Seht ihr nicht, dass wir mitten im Gespräch sind? Wenn ihr wirklich den Tod sucht, dann wartet, Geborgs. Ich habe alle Wachen getötet. Es dürfte sicher sein. Geht zu der Frau und befreit sie. Ich kümmere mich um die hier. Der war auch geil. Das ist gut. Du willst Fahrer retten und schickst sie erneut ins Getümmel. Unterdessen losst du... Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier die ungeduldige Frau töten, denn die wartet schon darauf anscheinend, könnt ihr mir gerne bis dahin mal einen Kommentar da lassen. Entschuldigung. Und natürlich auch gerne einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten. Je nachdem, wie ihr das Video fandet. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Bad wieder. Haut rein. Euer HD Blacker. Adios. Adios. Adios.